Ich freu mich so für Riley. Oh, Damon. Damon, unsere neue Liebe. Er ist so süß. Ein Snack? Das stimmt nicht. Es ist das Herz. Er ist wirklich süß. Was soll ich tun? Hier bin ich. Reg dich ab, ich regle das. Das wollte ich aber tun. Ich hab einen 4-Schritte-Plan. Trau dich. Geh auf Damon zu. Und sag Hi. Dann verliebt sich Damon in dich. Zweifel, das ist ein toller Plan. Los. Ich schaff das. Komm schon, komm schon, komm schon. Na also, mach schon. Hey, Damon. Oh, hey. Was? Freude. Was ist mit dir? Bist du eingefroren oder was? Oh nein, Freude. Bleib hier. Du bist in Erinnerung gefangen. Das ist wirklich schlimm. Was hab ich verpasst? Freude. Sieh. Was macht denn peinlich da? Entschuldigung. Was will die denn? Oh nein, er muss weg. Kumpel. Kumpel, mach Platz. Der große Häuptling übernimmt. Ein Albtraum. Vergiss ihn, Riley. Riley? Was ist passiert? Oh Mann. Was ist passiert? Oh nein, Freude. Warum hast du uns verlassen? Moment. Zweifel. Streng nicht mehr an. Es muss einfach einen Ausweg geben. Ja, stimmt. Es ist geladen. So schnell. Hier ist der Plan. Wir bauen ein Haus für Freude. Und sie wird dann zurückkommen. Abgemacht. Der Plan ist super. Wir verstecken den Ball hier. Da ist er sicher. Also, Kummer. Du wirst der Chef sein. Und alles kontrollieren. Okay. Na, na, na. Ich? Du. Nee, ich hab's mir anders überlegt. Da ist aber jemand sehr sensibel. Hier sind unsere Walkie Talkies. Wir melden uns. Okay. Arme Riley. Hey, was ist denn los, Riley? Ryan? Oh, mein Herz. Du verstehst es einfach nicht. Hier. Danke. Was ist los? Was sollen wir tun? Was ist passiert? Was ist denn passiert? Oh, Riley. Oh, Riley. Er ist es nicht wert. Oh, du große Heususe. Okay. Weg da. Ich bin dran. Ich kann sie nicht ausstehen. Das hat uns noch gefehlt. Kommt schon, Kummer. Mach weiter so. Halt dich da raus. Ich werde diesen Ort in die Luft jagen. Das reicht. Komm mal. Das reicht. Oh, ja. Hä? Na gut. Hey, Wut. Stopp. Hör auf. Kommt schon. Ein Stresslöser? Oh, ja. So schön. Entspann dich. Hier drüben. Auf dem Entspannungsstuhl. Eine Tasse beruhigenden Tee. Wir haben uns darum gekümmert. Das ist mir so peinlich. Komm schon. Das kann schon mal passieren. Gut gemacht peinlich. Ich übernehme ab hier. Super. Ich bin weg. Oh, schön. Wut? Was machst du hier? Okay, wo sollen wir das hinstellen? Hier? Es reicht. Okay. Leg das Holz einfach hin. Ich weiß. Wir werden das Bedienfeld bewegen. Du wirst es machen. Ich werde mit der Arbeit am Rahmen beginnen. Okay. Ich fange an. Fast geschafft. Kummer? Kannst du mir helfen? Ich glaube, ich habe überreagiert. Halb so wild. Dafür ist doch Klebeband da. Wir kleben es mit Klebeband fest. Und es ist so gut wie neu. Wow. Du schaffst das. Warte. Noch eins. Noch eins. Danke. Geschafft. Der Schreibtisch ist so gut wie neu. Lass uns den Plan überprüfen. Gib mir einen Marker. Klar, hier. Der Rahmen ist fertig. Sehr schön. Freude, Streit, Hella. Wir sind auf dem richtigen Weg. Super gemacht. Der Lehrer kommt. Hey, Schüler. Hey, Loser. Oh nein. Puh. Wer hat mich gerufen? Nein. Fatsch-Alarm. Reg dich ab. Hey, Leute. Komm mal. Übernimm. Hände weg. Damon ist schon wieder nicht bei mir. Toll, Komma. Mach weiter so. Ich gehe jetzt. Legen wir los. Ich kann gar nicht hinsehen. Hey. Das ist für dich. Oh, danke. Süßes Spielzeug. Er hat dir ein Spielzeug gekauft. Hast du das gesehen? Weg da. Wir brauchen Notfallmaßnahmen. Aktiviere deine Vorstellungskraft. Her mit dem blöden Spielzeug. Wie süß. Mach's gut, du Plüschtier. Oh, ja. Die Füllung ist da. Mach weiter. Okay. Los, Wut. Gut. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Hör auf. Ich hab's kapiert. Es tut mir leid, okay? Das passiert jedem, der mir in die Quere kommt. Es reicht. Es reicht. Verstanden. Gut. Es reicht. Puh, ich bin fertig. Ich brauch sofort eine Pause. Das ist ein süßes Spielzeug. Der Hund ist so süß. Danke, Damon. Das ist ungerecht. Hey, du. Wow. Hast du die Form schon ausgeschnitten? Sehr gut. Schau mal, was ich hab. Holsterstoff. Cool. An die Arbeit. Ja, wir sind ein tolles Team. Ich hol den Plan raus. Die Rahmenpolsterung ist fertig. Überraschung. Ein Test. Warum freut sich denn niemand? Ein Test? Hier sind eure Papiere. Es gibt genug für alle. Fangt an. Das hab ich nicht kommen sehen. Okay, du gehst zum Zug der Gedanken. Und ich bleibe hier. Bleib über das Walkie-Talkie in Kontakt. Was soll ich tun? Ich hab keine Ahnung. Oh Gott, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Peinlich? Könntest du mir vielleicht helfen? Nein. Dachte ich mir. Guck mal. Hörst du mich? Wie sieht's aus? Oh. Eine große, fette Sex. Zeit, die Nerven zu verlieren. Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Wiley. Hier. Das wird dir helfen. Was? Was? Ist das ein Spickzettel oder was? Nein. Diesmal hast du Glück. Wir haben Glück. Vergiss es. Puh. Setz die Brille auf. Hä? Aber warum? Ah. Das ergibt Sinn. Ich seh die Antworten. Eine helfende Brille. Super. Toller Fang. Schau mal, was ich hab. Perfekt für die Augen. Super. Ich brauch aber nicht die ganze Brille. Ich brauch nur die Gläser. Und Farbe. Das sind Freudes Augen. Sehr gut. Die Augen sind fertig. Danke, Brian. Hey, was ist das denn? Freude liebt es offensichtlich. Oh Mann. Das ist peinlich. Die Zeit ist um. Oh nein. Ich hab nichts geschrieben. So ein Pech aber auch. Ich muss dir leider mitteilen, dass ich dir eine glatte Sex gebe. Sorry, Brian. Es ist meine Schuld. Oh nein. Das ist unsere Schuld. Das kann ich nicht ertragen. Peinlich. Geh weg. Nein, nein, nein. So schlimm ist es nicht. Komm mal. Reg dich ab. Mach es dir bequem. Hier ist das Strickzeug, das du so liebst. Ich kann sonst nicht denken. Komm mal. Das ist sehr süß. Genau das, was wir brauchen. Freudes Frisur. Wow. Stimmt. Die Haare sind fertig. Alles erledigt. Du wirst bald wieder bei uns sein. Tut mir so leid. Hey, ist schon okay. Hey, schau dir die tote Tauben an. Ich muss ihnen eine Nachricht schicken. Ich hab eine Idee. Gib her. Ich kümmere mich darum. Loser. Pass auf. Hey, was ist denn los? Was ist das? Ich hab keine Baumaterialien mehr. Das Projekt können wir vergessen. Was soll ich tun? Oh nein. Riley plus Brian ergibt Liebe? Was ist da los? Neue Post? Habt ihr das gesehen? Oh, ich liebe Romantik. Das ist eine Katastrophe. Nicht du. Peinlich. Du bist für den Job geeignet. Was ist denn los? Peinlich. Wach auf. Riley braucht dich jetzt. Komm schon, Schlafmütze. Übernimm die Kontrolle. Jetzt. Nein. Dafür ist jetzt keine Zeit. Für Riley. Los. Oh, das ist so peinlich. Was machen wir jetzt? Okay. Ich bin bereit. Hey. Finger weg. Ich hab einen besseren Plan. Schaut euch die Beine an. Sehr lustig. Her damit. Das ist ein Kinderspiel. Das ist für dich, Loser. Was? Bravo, ihr Louis. Du bist unglaublich. Ich weiß. Sie ist die Beste. Die Schachtel. Du hältst dich wohl für so schlau. Was? Ich sollte dir. Luna. Komm nach vorne. Hä? Ich? Okay. Mist. Löse diese Gleichung. Oh. Weiß jemand die Antwort? Bitte helft mir. Löw. Vergiss es. Damon. Hilf mir. Sorry. Ich bin allergisch gegen Zahlen. Hier ist die Schachtel. Die hab ich gesucht. Freides Zähne. Und ein Kissen als Zunge. Oh. Hab ich es tatsächlich geschafft? Dummköpfe. Na gut. Ich schaff das auch allein. Und? Hier ist meine Antwort. Das ist richtig. Hier ist deine Note. Das ist falsch. Das ist ungerecht. Was ist denn los? Ist alles okay? Nein. Nichts ist okay. Hast du Lust, einen Film zu schauen? Nein. Es ist vorbei. Schatz. Wow. Anscheinend hat es Zweifel geschafft. Bring jetzt den Ball der Freude her. Wir werden ihn ins Haus bringen. Dann wird sie wieder zum Leben erweckt. Es hat nicht funktioniert. Aber warum? Das kann nicht sein. Der gemeine Herzknopf. Riley, was machst du nach der Schule? Hey, Riley. Hast du Lust, mit mir einen Film zu gucken? Weißt du, was machen wir? Was ist passiert? Nein, ich will nicht. Wirklich? Na dann kannst du ja die Tickets haben. Unser Mädchen hat ihre eigene Entscheidung getroffen. Brian, möchtest du mit mir einen Film schauen? Klar. Wow. Freude. Ich bin wieder da. Wow. Was ist das? Freude. Du bist mein Engel. Schatz. Was? Ich komme mit der Kamera nicht klar. Zeig mal her. Was ist mit mir? Hey, beweg dich. Ich bin dran. Oh, Schätzchen. Nicht weinen. Wir sind da. Dad ist bei dir. Gut gemacht. Danke. Ich werde ein Foto machen. Lächeln, meine Prinzessin. Glückwunsch. Du bist unser Champion, Riley. Habt ihr gesehen, wie ich das toll geschossen habe? Ja, Kleine. Du warst großartig. Alles ist so cool. Also, schau sie dir an, Dad. Sie hält sich für ein Champion. Ja, das bin ich auch. Ich habe eine Medaille. Nur eine? Loser. Zeig's dir, Schätzchen. Ich habe vier Medaillen. Willst du gegen einen echten Champion kämpfen? Sollen wir spielen? Was ist denn hier los? Ich habe keine Ahnung. Dad, sollen wir spielen? Das ist komisch. Lass es uns versuchen. Ich will aber nicht. Schatz, komm schon. Mach mit. Gut, bin dabei. Okay. Ich bin soweit. Du wirst verlieren. Oh, Dad. Eine Loser-Familie. Nochmal. Okay. Ups. Oh, mir ist langweilig. Okay. Diesmal werde ich ihn halten. Gib auf, Loser. Das war's. Was ist das? Jetzt kommt Wut. Au, Dad. Mein Zahn. Komm schon. Dieses Mädchen ist verrückt. Das werde ich mit euch einmachen. Jetzt können wir feiern. Wir haben sie besiegt. Dad. Riley. Oh nein. Mit dieser Erinnerung stimmt etwas nicht. Leute, lasst bitte ein Like da. Repariert bitte diesen Ball. Was ist die richtige Antwort? Was? Mom? Was ist los? Oh, guck mal. Ich komme. Hilf mir. Warte. So. Alles wieder in Ordnung. Danke. Gern geschehen. Lass uns mal sehen. Was ist da los? Schatz, keine Sorge. Okay, Riley. Deine Mom ist schwanger. Du bekommst eine kleine Schwester. Was? Was? Aber warum? Das ist so schön. Wir müssen ins Krankenhaus. Mom? Dad? Cool. Was sollen wir tun? Keine Ahnung. Wow. Ich weiß. In jeder verwirrenden Situation gehst du einfach ins Bett. Es ist morgen. Zeit zum Aufstehen. Guten Morgen, Kuma. Hi. Neben gehört dieser Koffer. Bin ich zu spät? Hey. Oh. Wo soll ich stehen? Wohin soll ich gehen? Hierhin? Wer ist das denn? Keine Ahnung. Verstehe. Wie viele Knöpfe? Wo soll ich meine Sachen hinstellen? Und wer bist du? Äh. Hi. Ich bin Zweifel. Schön, euch kennenzulernen. Umarmung. Umarmung. Oh. Was ist das? Ein Kinderbett? Riley. Komm her. Setz dich zu uns. Das ist deine Schwester. Möchtest du sie halten? Trau dich. Oh nein. Bitte nicht. Oh Gott. Ich dreh durch. Was für ein Albtraum. Was hat das zu bedeuten? Riley. Was ist denn mit dir los? Oh nein. Was? Ich hab keine Ahnung. Riley. Bist du okay? Ich mach dir keine Sorgen. Schalten wir Freude ein. Oh. Sie ist so süß. Ihr werdet die besten Schwestern der Welt sein. Riley. Du bist die Beste. Ich bin froh, dass du... Oh. Es ist Zeit für dich zur Schule zu gehen. Los. Beeil dich. Und vergiss deinen Rucksack nicht. Los. Übrigens. Ich bin nicht allein gekommen. Willkommen. Hey. Ich bin Night. Wow. Deine Haare sind so schön. Ich mag sie total. Oh. Du bist aber süß. Wow. Seht euch diese bunten Knöpfe an. Fast bloß nichts an. Das ist die Schulkönigin. Oh. Cool. Wir können uns mit ihr anfreunden. Sie ist der Wahnsinn. Hey. Was ist denn mit dir her los? Kennst du sie? Das werde ich jetzt herausfinden. Oh Gott. Oh je. Sie kommt auf uns zu. Nein. Was machst du da? Warum? Sie kommt her. Was soll ich tun? Was machst du denn da? Wir müssen alles in Ordnung bringen. Hey. Äh. Oh. Mein Tagebuch. Wow. Was hast du da? Darf ich mal sehen? Nein. 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 Hä? Ich hab nur verschiedene Outfits anprobiert. Ist schon okay. Die Königin findet es toll. Oh. Süß. Und was ist das? Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot. Oh. Ist das peinlich. Das äh. Halt so wild. Das ist nur ein Traum. Du willst die Königin sein? Das wird nicht funktionieren, Loser. Oh. Ist das peinlich. Peinlich. Hey. Warte. Das war schrecklich. Das war schrecklich. Dad. Schätzchen. Was ist passiert? Heute in der Pause. Die Königin. Ich war total nervös. Sie hat mein Tagebuch gesehen. Mein armes Baby. Ich kann sie nicht beruhigen. Ich seh schon. Ihr habt jetzt eine neue Tochter. Was? Baby, nicht weinen. Sie lieben mich nicht mehr. Da sind wir. Zweifel. Was hast du getan? Ich brauche eine gemütliche Ecke. Schon besser. Was machen wir denn jetzt? Was? Du wirst uns nicht mehr belästigen. Hey. Das könnt ihr nicht machen. Was haben wir denn hier? Das solltest du nicht tun. Wie peinlich. Hey ihr Lieben. Bitte. Lass dein Like da. Eine gute Erinnerung wäre jetzt sehr hilfreich für uns. Es ist Zeit schlafen zu gehen. Gute einsame Nacht für mich. Guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Darf ich anfangen? Klar. Wow. Was für schöne Sachen. Süße Rassel. Ja, das ist alles so niedlich. Hey Schätzchen. Weck deine Schwester nicht auf. Schätzchen, wie geht's dir, mein Baby? Was gibt es zum Frühstück? Hey Mom. Oh, sie schläft so süß. Jetzt hör uns endlich zu. Neid. Dad. Oh, ich zeig euch, dass Riley eine Naturgewalt ist. Okay. Ich will was zu essen. Du hast das Baby aufgeweckt. Was ist denn nur los mit dir? Warum hast du geschrien? Lass uns in die Küche gehen. Du hast deine Schwester ohne Grund aufgeweckt. Hier, iss schnell. Sonst kommst du zu spät zum Unterricht. Das wird nicht gut ausgehen. Neid, darf ich übernehmen? Danke. Das war lecker. Danke. Was? Nina, wow. Du siehst toll aus. Was für ein schönes Kleid. Das Kleid aus meinem Tagebuch. Sie hat meinen Luch gestohlen. Lass mich durch. Sie hat unsere Idee geklaut. Du siehst fantastisch aus. Ist das ungerecht. Lass mich durch. Ich bin jetzt dran. Nein. Geh weg. Ich hab eine Idee. Diese beiden nerven. Hilfst du mir? Oh ja. Klar. Hey Leute. Wir haben euch. Bindet uns los. Toll. Unser Plan hat funktioniert. Na dann legen wir mal los. Darf ich? Hände weg. Keine Peinlichkeit. Kein Gewissen. Peinlich. Los geht's. Es reicht. Sie hätte meine Idee nicht stehen dürfen. Meine Rache ist kalte Carbonara. Hey Luna. Hi. Ups. Was? Jetzt bist du die Königin der Pasta. Ja. Das war der Hammer. Das könnt ihr nicht machen. Bitte Maestro. Danke. Miss Spaghetti. Warum hast du das getan? Sorry. War in versehen. Hör auf mich auszulachen. Pasta Queen. Du hast deine Spaghetti vergessen. Mein Baby. Dad ist da. Er ist nur für sie da. Wer ist meine schöne Prinzessin? Darf ich? Bitte. Dad. Was ist Kleines? Was ist passiert? Oh. Warte. Dad. Ja Schätzchen. Dad. Warte kurz. Warte. Warte. Was ist denn? Warte. Das Baby weint. Dad. Wir brauchen auch Aufmerksamkeit. Aktiviere alle Prozesse. Leute. Bitte. Lass dein Like da. Bitte. Dad. Warte. Was willst du? Schätzchen. Es reicht. Riley. Geh in dein Zimmer. Na gut. Ist schon okay. Ich bin ja da. Oh Mom. Dad. Ich vermisse diese Zeit. Wir hatten so viel Spaß zusammen. Oh. Was für eine schöne Erinnerung. Riley muss einsehen, was sie getan hat. Es hat funktioniert. Das reicht. Jetzt bin ich dran. Was echt? Lass das lieber sein. Ich schäme mich so für mein schlechtes Benehmen gegenüber meinen Eltern. Leute. Schreibt in die Kommentare, welche Gefühle ihr in letzter Zeit erlebt habt. Geht alle ins Bett. Und du. Oh Gott. Ich habe Angst. Raus hier. Du entscheidest hier gar nichts mehr. Es ist Zeit, dass wir ins Bett gehen. Wir müssen ihn auf unsere Seite locken. Hey. Komm her. Ich? Okay. Ich komme. Hör zu. Wir haben einen Plan. Ja. Bin dabei. Sehr gut. Guten Morgen. Heute ist ein großartiger Tag für Night. Hey Leute. Was gibt's? Komm schon peinlich. Okay. Guten Morgen. Hier ist dein Frühstück. Guten Appetit. schon wieder Müsli. Was hast du vergessen? Oh, mein Löffel. Oh. Was? Wer war das? Puh. Er ist voller Haare. Eklig. Ich muss ihn abwaschen. Noch einmal. Ich hasse es, wenn Löffel das tun. Was ist denn los? Ausgezeichnet. Oh. Ich bin so nervös. Und mein Fuß. Oh nein. Was sollen wir tun? Toll. Es muss einen Ausweg geben. Was habt ihr getan? Weg da. Nein, nicht. Es wird nur noch schlimmer. Raus hier. Ups. Verstehe ich schon. Geh zum Bedingfels. Das war's. Was ist los? Oh nein. Er wird uns alle vernichten. Spürt die Kraft meiner Wut. Was für ein Albtraum. Schätzchen. Bist du okay? Atme Wut. Atme. Komm erst mal wieder runter. Es ist so traurig. Es wird alles wieder gut sein. Also Emotionen. Das ist unsere neue Regel. Die Fernbedienung wird nicht mehr von einer Emotion kontrolliert. Okay. Wie du meinst. Jetzt werden wir alle zusammenarbeiten. Wie ein Team. Seid ihr dabei? Klingt gut. Dann lasst uns anfangen. Ist es schon morgen? Wie spät ist es? Sei ruhig, Wecker. Was? Hab ich heute eine Prüfung? Oh nein. Wie konnte ich das nur vergessen? Oh. Das ist gar nicht gut. Schalte die Angst ein. Was soll ich jetzt tun? Ich bin so nervös. Wir werden das schon hinkriegen. Zusammen. Warum hab ich nicht früher gelernt? Okay. Ich werde heute so viel lernen, wie ich kann. Toll, Leute. Gute Kombination. Ich hab eine 1 plus. Mom. Dad. Sie sind wieder bei ihr. Hey. Es ist eine Weile her. Unser Schatz. Ich helf dir, Neid. Schau mal, was ich für dich habe, Sis. Ich hab eine 1 plus in meinem Test bekommen. Wow, Riley. Du bist ein Genie. Unglaublich. Wir sind ein tolles Team. Leute. Wir sind super. Wir sind ein Dream Team. Riley ist in der High School. Was soll ich tun? Oh nein. Angst. Warum starrt der Lehrer mich so an? Bin ich zu spät oder was? Hier ist Pfefferminztee. Sehr beruhigt. Beruhige dich. Ich übernehme. Freude. Riley. Es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Neues Mädchen? Das ist Ralph. Reynolds. Du übernimmst. Sie ist nicht von dieser Welt. Diese Strähne. Ich wünschte, ich hätte auch so eine. Legen wir los. Äh, klar. Zeit, mein Lieblingsheft rauszuholen. Schau dir das rosa Häschen an. Ich steck mein Heft lieber weg. Peinlichkeit. Es ist so peinlich. Du machst alles kaputt. Ihr macht jetzt einen Einstufungstest. Mein Kopf ist total leer. Eure Zeit läuft jetzt. Das ist eine Katastrophe. Ich bin dran. Geh. Ich habe Riley schon wieder am Stich gelassen. Guck mal. Das ist zu schwer. Die Mittelschule war viel einfacher. Ja, Riley. Guck mal. Übertreibt es mal wieder. Die Zeit ist um. Gebt eure Blätter ab. Ich hoffe, ich habe alles richtig. Das wirst du sehen, wenn ich es überprüft habe. Ich gehe lieber. Das ist echt fies. Lass uns in Erinnerung schwelgen. Mal sehen, wie wir Riley begleitet haben. Freude. Das bin ich. Klingelt es da bei dir? Klar. Wir hatten die beste Zeit. Das bin ich. Wir haben damals einen tollen Job gemacht. Ja, das stimmt. Gut. Du hast dein Bestes gegeben. Es gibt noch mehr. Kummer. Sieh dir das an. Alles, was du auf den Tisch bringst, sind Tränen und Schmerz. Das heißt, es ist Zeit, dich loszuwerden. Aber wir können nicht ohne Kummer auskommen. Du kapierst es nicht. Sie ist eine Katastrophe. Es reicht. Kummer. Sie bleibt. Basta. Du wirst es noch bereuen. Wir müssen uns entspannen. Schlafmodus aktiviert. Süße Träume, Riley. Schlaft alle jetzt. Ich habe es doch nur gut gemeint. Ich bin total müde. Kummer? Bist du wach? Freude? Bist du das? Entspann dich. Alles wird gut. Wir schaffen das gemeinsam. Jetzt schlaf ein. Endlich schlafen alle. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Ein weiterer großartiger Tag. Ich habe gut geschlafen. Ich bin voller Energie. Guten Morgen. Wenn Koma keine Lust hat mitzumachen, werde ich sie nicht nerven. Gute Entscheidung. Du bleibst erst mal hier. Hey Leute. Das gibt es doch nicht. Es ist Val. Toller Start. Darf ich? Nicht so eilig. Hi Val. Hey. Val hat einen Hund. Toll. Oh, süßer Hund. Ich liebe Hunde. Darf ich mal? Dein Hund ist einfach süß. Ja, das war er mal. Oh. Der Hund ist nicht mehr da. Mir kommen die Tränen. Kummer. Es ist Showtime. Kummer? Kummer. Tu etwas. Sofort. Kummer muss hier sein. Ich verstehe das nicht. Jemand anderes muss jetzt das Sagen haben. Beruhige dich. Ich habe alles im Griff. Äh. Okay. Ich gehe da mal. Wie peinlich. Fass das Bedienfett nicht an. Kummer, sei nicht so. Was? Ist das dein Ernst? Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Das ist die Ehrenliste der Mittelschule. Ich war dort immer die Beste. Naja. Es ist wie es ist. Was ist mit dir los? Was soll ich tun? Jemand muss etwas unternehmen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich werde eingreifen. Jemand muss helfen. Hey. Stimmt das nicht? Sie selbst. Es tut weh, das anzusehen. Armes Kätzchen. Wo ist Kummer? Raus mit der Sprache. Lass mich in Ruhe. Oh Mann. Oh Mann. Ups. Das findest du lustig? Ich bin dran. Ich bin dran. Ich muss mich beeindruckt. Ich habe es gerade noch geschafft. Der Lehrer hat mich nicht gesehen. Ich habe alle Tests benotet. Cool. Kein einziger Fehler. Sie ist so schlau. Toll gemacht. Ich bin so nervös. Was? Warum meine 3? Jetzt bin ich dran. Und wenn ich auch eine schlechte Note bekomme? Riley. Ich glaube, du kannst es besser. Oh nein. Ich drehe gleich durch. Was soll ich tun? Warum ist die Note so schlecht? Mr. Stanton. Das muss ein Fehler sein. Außerdem war es ein unangekündigter Test. Ich war nicht vorbereitet. An meinem ersten Tag auf der Highschool stand ich unter großem Druck. Worauf willst du hinaus? Ich verstehe kein Wort. Ich will damit nur sagen, dass diese Note nicht stimmt. Hans. Hör auf. Nein. Das war's. Raus hier. Sie ist echt verrückt. Was ist nur los mit mir? Du bist fertig. Ich bin dran. Danke. Das ist schrecklich. Heiligkeit. Du warst großartig. Wenn du nur Kummer zurückholen könntest, könntest du sie finden. Danke. Angst. Fass den Controller nicht an, bevor Kummer wieder da ist, okay? Was hab ich getan? Ich sollte wieder runterkommen. Eine weitere Stunde ist vorbei. Das Lehrbuch kann ich gut gebrauchen. Was macht der da? Dieses Bild ist alt. Bin ich nicht mehr Klassenbeste? Hände weg vom Bedienfeld. Zeit, etwas Dampf abzulassen. Komm schon. Es reicht. Ich hasse alles. Schalte die Kamera aus. Was ist nicht lustig? Was ist los? Ich brauch den Knopf. Das macht mich alles so wütend. Das ist die richtige Einstellung. Willst du auch auf meine treten? Ich bin stinksauer. Sauer. Was ist hier los? Komm mal wieder runter. Was war das? Komm schon. Du musst fünf Minuten Pause machen. Dieses Verhalten wird hier nicht geduldet. Ich rufe deine Mama an. Mrs. Anderson, hier ist Rileys Lehrer. Kummer, wo bist du nur? Was ist das? Ihre Lieblingserinnerung. Nimm das, Kleiner. Oh nein. Gut. Komm her. Das wirst du bereuen. Vergiss nicht, das Häschen zu verletzen. Danke. Jetzt wird alles gut. Alles wird großartig. Ist schon okay, Fluffy. Er kommt nicht wieder zurück. Wir sind ein tolles Team. Oh, Kummer. Wo bist du? Ich möchte über Rileys Verhalten sprechen. Stimmt was nicht? Das ist gar nicht gut. Denk nicht mal dran. Was ist denn los mit ihr? Hier geht es bestens. Nein. Du wirst schon sehen. Hier. Witzig. Hier ist noch mehr. Das ist echt lustig. Riley, findest du nicht auch? Ups. Das soll lustig sein? Ich weiß, was hier los ist. Okay, ich suche noch ein Video. Es wird Zeit, dass ich mich einmische. Schau. Ja. Oh, herzzerreißend. Ups. Nein, nein, nein. Du hast alles ruiniert. Ich muss alles wieder in Ordnung bringen. Denk nicht mal dran. Schätzchen, bist du okay? Warum lachst du? Es ist Mom. Antworte ihr. Oh Mann. Das hätte nicht passieren dürfen. Na gut. Ich habe keine andere Wahl, als Riley von der Schule zu schmeißen. Ich lag falsch. Ich muss rein Tisch machen. Ich habe Kummer gefunden. Was? Sie war die ganze Zeit hier. Kummer, bedien dich. Ich muss mich beeilen. Gib mir die Steuerung. Ich muss Riley von der Schule werfen. Schätzchen, ist alles okay? Ich will nicht gehen. Oh, verstehe. Niemand geht irgendwo hin. Riley, beruhig dich. Ich lag falsch. Es tut mir so leid. Ich bereue es. Ich fass es nicht. Was du getan hast, war schlimm. Aber wir vergeben dir. Hier, ein beruhigender Tee. Oh, ihr seid die Besten. Wir sind doch ein Team. Und jetzt? Ab ins Bett.